Kommt mal alle ein bisschen näher, ein bisschen näher, noch weiter. Das, meine Damen und Herren, sollten sich ansehen. Ein bisschen Musik aus. Und stopp, stopp. Meine Damen und Herren, jetzt schauen Sie sich das mal an. Zeigt mal das Plakat ganz hoch. Zum 17. Mal sind Sie da. Die Schülerinnen und Schüler aus Dingden von der Ludgeri-Grundschule. Und jetzt, Sie sind angereist, meine Damen und Herren, mit zwei Bussen und Betreuern. 87 Teilnehmer sind heute am Start. 49 Mädchen, 38 Junge. Und siegmal wurde in Driesensbusch, und die Älteren kennen das noch, im Märchenball trainiert. Und liebe Kinder, ich habe den Driesensbusch noch richtig erlebt. Möse Leute brauchen ein Zwerg von denen da, steht heute vor euch. Jetzt, meine Damen und Herren vom Orga-Team, darf ich begrüßen. Verena Ritter, Judith Finke, Sabine Tipas, André Kretschweinck, Frank Kernitpas und Dieter Tickelhofen. Meine Damen und Herren, die Ludgeri-Grundschule Dingden. Alles sind die Läufe. Alles sind die Läufe an die Mädels. Und die Jungs von der Ludgeri-Grundschule schon durchlebt. Dankeschön. Bisschen weiter nach vorne. Und dann ganz in Rüben. Ist immer schön, wenn manchmal, die du schon wissen, was ich verbrauche. Dankeschön. Und da sind sie dann, meine Damen und Herren. Ganz in Rüben.